Hallo, ich bin Thorsten Müller. Auf diesem Kanal heiße ich allerdings Clones77. Und dies ist ein schlechtes oder gar gutes Infovideo, mal sehen wie es ausfällt. Auf jeden Fall erstmal was trinken. Das ist gutes Zeug. Auf jeden Fall, dieses Video mache ich jetzt nur, weil mein alter Kanal gelöscht wurde. Einige Abonnenten wissen es wahrscheinlich schon. Ich hatte mal einen Kanal mit dem Namen Clones77. Ja, ich hatte. Aber dann hat YouTube sich dabei entschieden. Nee, keiner lässt mehr auf dem Scheiß. Wir brauchten seine Videos. Ich meine nur 300 Abonnenten. Ja, weg mit dem Lächeln. Wer ist denn das jetzt? Ja, ich habe mir erst kalten 9 erstellt und nach 5 Tagen, oder gar 6, ich habe kaum mitgezählt, habe ich schon 12 Abonnenten gehabt auf meinem neuen Kanal, den ich natürlich sofort erneut erstellt habe. Ist ja hoffentlich klar. Auf jeden Fall werde ich meine ganzen Videos, die habe ich noch gesichert, zwei Monate vor der Löschung des Kanals. Ja, meine Grammatik ist wieder super. Weil ich schon irgendwo erwartet habe, dass mein Kanal irgendwann dann weg ist. Deswegen habe ich schon viele Videos abgesichert und die werde ich dann nach und nach pre-uploaden. Ich habe in den letzten drei Tagen schon einen Haufen Videos hochgeladen, aber allerdings auch privat. Und die Videos, die zuvor nur 10 oder 15 Minuten lang waren, die werde ich jetzt auf eine Stunde hoch ändern. Und das eine Video, es können sich zum meisten handeln, machen wir mal die Magnetprobe. Das Video dauerte drei Stunden. Das werde ich diesmal nicht wiederholen. Und das aus einem gewissen Grund. Erstens, ich habe jetzt die Qualität viel besser gemacht. Ja, ich rendere jetzt mit durchschnittlich besserer Qualität. Die YouTube-Kacke wird im Durchschnitt 60 FPS. In 60 FPS wird die dann gerendert. Allerdings meine anderen Videos nur in 30. Vor allem auch die langen. Weil wir gucken sich das an. Eine Stunde. Das Video macht man an. Dann switcht man in einem Spiel. Dann hört man eventuell die Musik. Aber das Video selbst sieht man nicht. Also wozu soll man dann hier in übelster HD-Auflösung ändern? Also in 4K, dann in 120 FPS. Warum? Das ist komplett unnötig. Dann möchte ich euch noch was sagen. Ich habe das von vor nur in einem Video ganz nebenbei gesagt. Das werde ich auch wieder hochladen. Allerdings. Oder war es in meinem alten Netzplay? Also egal. In irgendeinem Video von früher. Da habe ich es gesagt. Und zwar habe ich da gesagt, dass jeden Samstag eine YouTube-Kacke kommt. Und das werde ich diesmal bewahrheiten. Am Anfang wollte ich das so jeden Tag machen. Jeden Tag eine YouTube-Kacke. Das ist natürlich völlig unmöglich. Außer man hat irgendein Team. Dann jeden zweiten Tag. Aber die Videos waren trotzdem kacke. Dann jeden dritten Tag immer noch scheiße. Und dann bin ich irgendwie auf Samstag gekommen. Weil da sind alle zu Hause. Haben nichts zu tun. Oder irgendwas zu tun. Dann ist es Sonntag. Wäre jetzt noch eine Alternative. Mache es manchmal auch. Wenn es am Samstag nicht kommt, kommt es dann am Sonntag ist. Das ist eigentlich immer so gewesen. Und naja. Wie soll ich das denn noch so sagen. dann würde in zukunft jeden samstag eine youtube kacke kommen oder jeden samstag ein video das nicht zu meinen nicht zu meinen durchschnittlichen wochenverlauf passt weil ich werde wieder mit let's plays anfangen soll also heißen dass jeden samstag über ein video kommt das nichts mit man letztes zu tun hat oder eventuell bei einem special vielleicht mache ich ja auch in youtube kacke zu einem spiel dass ich dann zu ende auf jeden fall ich werde dann wieder mit let's plays anfangen und war es meistens hier wieder meine abonnenten meine 170 die werden größtenteils nicht wissen dass ich letztes gemacht habe aber die ganz alten die mittlerweile gar nicht mehr gucken glaube ich die sollten glaube ich noch wissen dass ich letztes gemacht habe oder die die in meinen persönlichen kontakt stehen mit dem ich auch jeden tag im internet schreie und ja dann die sagt sehr viel am 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 anfang ja mein kommentar ist die wird sich hoffentlich verbessern damit jetzt plötzlich anfangen ich werde zuerst das spiel ja wieder armen karl ja karl of duty advanced warfare das will ich zuerst jetzt play und warum willst wie ich werde einer der erste das dumme spiel des kreis ich habe es auch bei mir rumliegen ich zeige es euch aber später und ich möchte mal wirklich ein karl of duty durchspielen ich habe bis jetzt nur modem war vereist gespielt ja nur modem war vereist und das nicht mal durch und uns habe ich nur letztes kopf also zuerst karl of duty advanced warfare das meine ich voll ernte und dann noch mal die frage wenn ich letztes player welche art von spiele wollte denn als ersten sehen so mann oder schulter oder strategie könnt ihr in die kommentare schreiben macht das einfach mal was weil ich keine aber fragen schalten und dann noch habe ich hier auf dem zettel stehen ja da könnt ihr sehen ein intro und outro soll ich ein intro machen und soll ich ein auto machen intro würde ich wenn ich jetzt da mache maximal drei sekunden maximal drei sekunden lang und das soll auch wirklich was geiles sein also viele effekte viel drumherum und eine musik die mir die mir übelst zusagt gesagt jetzt einfach mal zum beispiel hardcore oder technik vielleicht mittel hardcore was auch immer wenn ihr wollt könnt ihr ein intro machen wenn nicht dann habe ich das kein auch ich habe ja mein logo und das sollte eigentlich ausreichen mein logo soll ich guck jetzt auch mein monitor genau da sein genau da irgendwo da unten in der ecke ja und mein logo sollte hoffentlich ausreichen ich kann natürlich schon drei sekunden intro rein machen das ist kein problem aber selber machen ich kann kein intro selber machen habe ich schon zweimal versucht beides scheiße und danach aus rot dass wir wiederum bin schon einfach ein von und bildern habe videos habe videos links einfügen dann noch ein paar bilder rein quetschen auch wieder einfach und das könnte ich eine minute lang machen oder 30 sekunden wie lange auch immer ist ja auch egal das könnte ich machen wenn ich ein intro ein machen soll dann wäre es richtig geil wenn ihr eins macht aber bitte nicht so eins wo einfach nur die schrift rotiert und dafür wieder kommt ist das will ich auf jeden fall nicht reinnehmen das haben die meisten und das könnt ihr vergessen wenn dann irgendwas geiles nur so ein tipp ich bin begeistert von schweren fahrzeugen die panzer panzer oder riesige kanonen wird auf den ich habe den scheiß zwei jahre lang gespielt da darf ich das ja mal noch behaupten wenn ihr ein auto haben wollte können wir schreiben ich nervt bloß dieses ganze link einfügen also du lädst das video hoch da muss man die ganze scheiße verlinken also die urs ein kriegen und das ist auf dauer nerven aber ich würde es machen warum nicht ich würde es machen wenn ihr wollt dann ja aber nur wenn ihr wollt wenn ich dann nicht ja und somit ist es wieder eigentlich schon zu ende das wäre ich weiß dass es abend aber ich verlange jetzt nicht nach abonnieren favorisieren daumen hoch sondern einfach mal den nur dieses video hier verbreiten vielleicht melden sich viele vielleicht schreiben ja alle in die kommentare frisieren die die haare endlich mal obwohl ich vor kurzem ein frisör war da unten kommt jetzt ein bild wie ich vor der woche aus war genau da unten genau da unten und ich werde nicht noch mal zum frisieren wird nie wieder und ich sage euch genau warum ich kriege wieder noch scheiße ja 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 wie soll ich das jetzt machen ich weiß das video schallt und meine camp ist scheiße ja schon wieder arm 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 das sind das ist ein typischer lückenfüller das macht jeder wenn du zum beispiel jetzt mal eine pause macht und ich bin deine zunge spielt dann machst du einfach an wie ich kann ja zählt einfach mal dieses wie oft ich habe gesagt habe in den gesamten video und schreibt einfach mal in die kommentare genau da unten ich war richtige mainstream scheiße einfach nur mainstream zu sein naja wie soll ich das jetzt sagen verbreitet nur dieses video vielleicht sehen das viele und die bewertung die lasse ich überall an bei youtube kann gewonnen jetzt plötzlich überall ja ist deine nenne ich kann es immer noch nicht check it out yeah